Hi Willkommen, mein Name ist AniWiP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball X Shadow Wars. In der letzten Folge haben wir Frieza, äh, Soundgoban und Videl's Training absolviert und Vegetas Training. Wir sind jetzt mit allen Parallelquests, die wir zur Verfügung haben, durch. Wir haben alle Meister durch und ja. Wir haben die 5 Kristallschlitter oder Zeitsplitter, die man in einigen Parallelquests hier finden konnte, gesammelt. Also ich habe die gesammelt aufs Green, einige habe ich mal Spielen gefunden. Zum Glück war das mal. Und ja, anscheinend Chance danach noch weiter zu gehen und wir gucken mal, was passiert jetzt. Ich nehme mal an, ich muss jetzt hier hingehen. Oh, du kommst genau richtig. Ich spürte ein seltsames Key unterwegs zur Zeit, kommst du mit? Ja. Danke, gehen wir sofort hin. Bei Tower Mirror sind wahrscheinlich auch noch nicht vollkommen abgeschrieben, von denen Simon schon auch noch was. Also ja. Ja, wie kann das sein? Ja. Oh, wenn das so passiert, dann wird die Geschichte sehr gut geworden sein. Der Domigra hat sich um die Welt zu verabschieden, um die Welt zu verabschieden. Das ist wirklich so ein Problem. Ich werde die Geschichte der Geschichte überwinden. Ich würde schnell die Wormhole finden und nicht zu verhindern. Mit wem meinst du mich, ne? Ich bitte. Ich bitte. Ja, 737. Fahne ich, ob das hier bedeutend schwieriger ist. Halt, das geht. Ich kenne deinen Sohn. Er hat Fahne. Wenn ich geh, dann kann ich bei dir warum. Ich bin sicher. Der Mann ist echt ein Team. Ich bin sicher. Er hat eine Kluger an den Kluge. Er hat echt eine Klage. Das ist ein Bezgegen. Ich bin sicher. Mögen, wie wir alles scheiß. Sehr gut. Aber es ist dein Geheim. Was steht hier? Hier? Ja, hab ich mal gedacht. Aber es waren zwei. Scheint auch nicht so schade zu machen. Ja, ich bin so absichtlich nicht in Super Saiyan verwandelt. Machen wir Oldschool fertig. Boah! Doppelter ausreicher Angriff. Boah, ich komme jetzt zu keinem Angriff, ne? Die anderen und ihre Key gerade hier aufzuschaffen. Das war doch hier in dem Spiel, warum war Oldschool am Anfang, also klar. Allein schon wegen dem neuen Film, der... ...weil ich weiß nicht, wenn man da rausgekommen ist, ne? 2013 glaube ich. Ne, ich glaube, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er ein neuer. Obwohl da irgendwie sehr viele Sachen vollkommen sind, die eigentlich verliert haben. Die eigentlich nicht so Sinn gemacht haben. Aber dazu irgendwie, ja. Ein andermal. Oder nie. Keine Ahnung. Was war das? Blöde ist, wir müssen... ...her Barock verrecken lassen, ne? Von Freeza. Das Traum. Ah. Das sind so 0 auf 15 sind, Alter, ne? Ich glaube, wir müssen bis jetzt immer noch mehr... ...bleiben. Mo 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 mo. Der Barock scheint ja noch zu überleben. Aua. Kommt mal her, wo ist das? Wird doch Freezer fertig gemacht, oder? Eigentlich. Dann wäre der ganze Horror, der später auch da umsinnig, nie passiert, ne? Ich wäre schon hoch und gut geblieben. Dann wäre ein Zell wahrscheinlich nicht so gefährlich gewesen, weil er nicht die Zellen von Freezer gehabt hätte. Wäre aber so hoch und nicht so ein Super Saiyan geworden. Wäre wahrscheinlich stark genug gewesen, um den Cyborg zu bewegen. Egal. Du bist schon mal frei, ne? Die meiste Zeit sind sowieso immer die Hauptcharaktere selber schuld, dass sie irgendwie Schwierigkeiten sind. Ich meine, die haben die Chance, die Cyborgs zu erledigen und machen das nicht. So wahr. Hier ist nicht so logisch. Weil Soroku tut sein Verlangen, gegen starke Gegner zu kämpfen, über die Sicherheit der Erde zu stellen. Das ist nicht gerade sehr heldenhaft, sag ich mal. Boah. Aber mein Wasser ist wirklich schlecht. Was ist denn erledigt? Ein Zabon wird einfach nur so erwähnt. Boah. Ich holding die Bremsen hier. Nein, keine große Worte. Hah, und gegen deine Handphilber. Ich bin ohne ohne. 12 hast du. Zwei Mal. Und du nicht oder was? Ich glaube, was hier noch alles passiert. Da muss ich mal ein paar Minions mitreißen. Sollte ich eigentlich nicht heilen. Sonst werde ich ja stärker. Ich sollte mich eigentlich nicht heilen. Weil ich werde ja stärker. Je weniger KP ich habe. Bitte geh auf. Ich fange den mal an. Ich fange den mal ab. Es ist mir lieber als wenn auf einmal Krise auf. Äh. War doch schief. Ungefähr so. Wat? Okay. Du schaffst einfach so. Doch nicht punkte hier. Was schlappen wir sind. Jetzt kommt der Gemurzler auch. Und da ist er irgendwie in die Vergangenheit geschleudert. Hahahaha. Super. Schau mal. Zerbon-san. Dodoria-san. Das ist so schön. Das ist so schön. Hahahaha. Hast du die beiden erwähnt? Macht es ehrlich gesagt nur noch merkwürdiger. Aha. Halt. Halt. Guck. Halt. 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 stammt aber die dauerung amorten der jahre baddack-san noch konto egal aber der überlebte dessen geniale wissenschaftler laut wie geht er weiß nicht ob das übersetzungs fehler oder so war ein gewisses oder wie geht es so zum buch gesagt haben dass sein vater ein brillanter wissenschaftler ist sie mann das ist ein wissenschaftler ich weiß nicht ob das übersetzungs fehler oder das ist in der japanen spazierende war ja baddack-san-warm-holen es sei der oberen machte manche manche ich habe ich habe ich habe ja das muss so sein Er ist nicht so, dass sich die Tränen zu schrauben, damit es nicht so gut ist. Dann, Trunks, bitte. Was ist das... 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 Was ist das? Ich weiß, dass ich das nicht weiß, was ich weiß. Das ist ein Stück hier. Ja, ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ja, ich weiß, was ich weiß. also kann ich jetzt für jede schriftrolle hier irgendwie so ein ding machen das heißt ich kann auch vier stück machen oder was ich dachte ich kann erst machen soweit ich alle habe das war ja noch vier sachen okay danke dass du wartet hast kannst du auf zeitpatrouille gehen aber natürlich dann auch zur zeitkammer wir machen es geht weiter mit barok alina stahljahr das Ja, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß nicht, was ich mir vorgekommen habe. Okay, das machen wir jetzt doch ein bisschen anders. Oh, Rutsch! Da muss ich auch mal Super Saiyans einsetzen. Erwartet, du erwartest hier was Unmögliches, wie soll ich denn jemand von dem legendären Super Saiyans ihn beschützen? Das ist ein großes Ziel. Aber erstmal in den blauen Klamotten. Aber jetzt hab ich den danach. Oh Gott, natürlich. Wie in jedem anderen Spiel kann ich ihn nicht normal angreifen, oder? Wasatt? Wasatt? Du bist, der Vater ist. Der Vater ist nicht. Der Vater ist nicht mehr. Ich werde mich nicht verabschieden. Ich werde dir, dass du dich nicht verabschiedet. Wasatt? Was ist das? Das geht schnell. Geschafft, das kann es aber noch nicht gewesen sein, oder? Wo war Vegeta eigentlich in diesem Film? Da kam gar nichts vor, ne? Ich habe noch eine Ahnung, was für ein Treffen passieren könnte hier. Bis zum Gordon Ramsay, bis zum Brüder. Ich habe den Sinn, die Geschichte ist großartig. Ja, das stimmt. Ungefähr, dass die Worte, die zwei Menschen in den Zeitungen, woher sie sind. Ja, woher. Woher... 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 Was ist das? da war direkt weiter ja klar gehen wir zur zeitkammer die ganze punkte ich nehme an er hat es sehr erschöpft gesagt ich muss noch mehr schriftfreude suchen muss oder was die kontrolle das verliegen ab harter kampf brony versparno reduzieren bros sind auf einem schönen wert im schild war doch sie verbraucht normalzustand hast du keine chance hallo haben wir da geile Musik zu sagen Alter Level 80 Oh mein Gott, Bacow ist das auch so gut. Oh, nicht gut. Das ist so riesig, ne? Das ist doch kein natürliches, so mit der Art. Oh, ich kann nicht treffen. Sehr hoch. Oh, ich kann nicht treffen. Hallo? Was? 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 Einfach so ein Trick. Oh, Alter. Plötzlich weg. Ist das alles wirklich dem Migras handeln? Oder? Könnte ja auch Tower oder Mira sein. Also, Tower wahrscheinlich. Mal schauen. Kraft des Jungkriegers. Sieg Broly. Was? Was? Oh, Gott. Das ist ein Dramat. Das ist ein Dramat. Sie haben alle auf der Erde teleportiert. Das ist ein Dramat. Das ist ein Dramat. Jetzt ist es ein Dramat. Jetzt ist es ein Dramat. Aber es ist alles, dass sie sich hier nicht verletzen. Ich kann nicht nachher nicht umgehen. Ach, er war jetzt zu... Ja, okay, macht Sinn. Er war jetzt zu der exakten Zeit, wo Sangoku gegen Freeza gekämpft hat. Auch nah habe ich. Ja, okay, macht auch Sinn. Ich war ja zerstört. Ich kann mit normalen Angriff nix ausrechnen. Alter, wie schnell der Männer ausdauern. Ich kann mit normalen Angriff nix ausrechnen. Ich kann mit normalen Angriff. Was ist das? Wurde ich irgendwie geratscht gerade, ich hab gehört. Wir haben einen riesen Lauf auf unserer Seite. Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Das ist doch so. 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 Ist doch überhaupt ein Schwanz. Das ist doch mal geil. Na mal Heilen. Na mal DDA. Sag mal der ist ein brillanter Wissenschaftler. Das ist aber konstruisch einfach so, wenn du so einen Krieger bist, wie der andere. Da kommt's noch an. Alter! Hilf mir, Bardock. Muss ich mal wieder verwandeln. Aber der hat den getraut sich sehr gut. Ich brauche mal eine Startpause. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Begeita! Ich bin der Begeita! aber damit ist aber nicht kommt weil der vierte kommt jetzt glaube ich nicht wenn es noch einer kommt dann noch direkt aber alle fünf nehme ich an so läuft doch oder es soll nie bleiben schon kaputt ja es war bei monos sind da noch gar da ist es nicht so dass wir sie wieder alle ihre dinge rein schießen oder war die mehrere doch zu ende denn setz no super saiyajin Ja. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Hör, 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 hör. Du bist ein Schmerz. Du bist ein Schmerz. Du bist ein Schmerz. Du bist ein Schmerz. Lachen wir über die Göttin. So, aber... Das war jetzt, wenn ich mich richtig... ...erzähl, aber du... ...vier kämpfe. Geht's noch weiter? Scheintlich. Ähm... Wir haben jetzt Zeitpatrouillen Abschluss 100% was? Was mit Tauern wie du? Die DLCs oder was? Ja. Das hat das Zeitwort immer. Das hat mir sie... Ja, doch ein sehr komisches Ende dann. Warum? Und dann würde ich sagen, ich bin dem Part hier. Wahrscheinlich sind ein paar Parallelquests noch da. Obwohl ich gucke lieber nach. Nein, verabschiede ich mich hier. Sag bis zum nächsten Mal und dann ist überhaupt nichts mehr da. Und es gibt keinen nächsten Part. Was? Was? Mal schon. Okay. Also Zeitpatrouillen Abschluss ist alles abgeschlossen. Da muss ich wohl irgendwann die DLCs unterladen. Und irgendwann die mal jetzt sagen. Weil ich das mache, weil ich aber nicht. Ich glaube schon eine Frage beantwortet. Und da haben wir noch zwei. Siege drei werfen. Das stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Da fehlt nur eine dazwischen. Nein. Aber die Lohnsperre. Tyrannolaren. Okay. Dann sage ich. Ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Dragon Ball Xenoverse. Wo ihr Parallelquests noch machen. Ich bedanke mich. Da ist die Zuschauer und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.